So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und wir haben wieder brandaktuelle News für euch zusammengefasst, denn, was heißt zusammengefasst, ich lese einfach mal wieder die Artikel vor von pokefans.net und auch von GoGames ist wieder was dabei. Die ganze Zeit fragen die Leute, Ramses, was sind denn die nächsten Raid-Bosse, was sind die nächsten Durchbrüche, was sind die nächsten Spotlight-Stunden und wie immer wisst ihr, kurz bevor der nächste Monat startet, was in dem Fall Juni wäre, werden eigentlich alle Raid-Bosse-Spotlight-Stunden sonst was veröffentlicht in so einem Event-Kalender, könnte man dazu sagen und jetzt ist es soweit. Gestern noch die Hütte abgebrannt, heute 28.05. hauen sie es raus und ich muss sagen, ich brech im Kreis, im Strahl, im sonst was, ich brech komplett auseinander, anders darf man ja nicht mehr brechen und deswegen, joa, gehen wir mal zurück. Wir fangen mal an mit Galaponita, wer das mitbekommen hat oder nicht mitbekommen, Galaponita-Entschädigung ab 1. Juni. Galaponita war eine Zeit lang nicht mehr erhältlich, als es erhältlich sein sollte in Shiny, deswegen gibt es jetzt eine Entschädigung, ist ja komplett egal, was alles. Wir gucken einfach nur nach dem Zeitraum, vom 1. Juni 10 Uhr bis 8. Juni 10 Uhr, schreibt es euch wieder in euren Kalender, erscheint Galaponita häufiger in 7 Kilometer Eiern. Dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, haha, seid ihr doof und ihr habt geradet, haha. Beim Raid siehst du, ach, Galaponita und kannst gezielt einen Galaponita bekommen bei dem Ei. Erstmal Platz schaffen, dann erstmal ein Ei aufnehmen, dann muss man auch wieder ein Geschenk haben, ist auch nicht bei jedem so, kommt drauf an, wie viele Freunde man hat und ob die aktiv sind. Dann musst du das Ei ausbrüten und dann ist vielleicht alles drin, außer Galaponita, also es erscheint häufiger, okay, aber es ist halt nicht garantiert, du kannst nicht gezielt brüten. Das ist noch mehr wieder vom Glück abhängig, aber wenn die Rate so hoch ist, aber ist sie ja wahrscheinlich nicht die Häufigkeit, dass es drin ist, aber dann hängt ja noch die Shiny-Rade dran. Wir können es am jetzigen Zeitpunkt nicht, aber genau, ich weiß, ist das eine Entschädigung, ist das super, freut man sich, klar, es kostet in dem Moment erstmal nichts und deswegen. Jetzt aber was noch interessant wäre, zusätzlich würde es eine zeitlich begrenzte Forschung geben, bei der ihr Galaponita und zusätzliche Items erhaltet. Also die begrenzte Forschung nimmt man natürlich gerne mit. Finde ich sowieso immer cool, wenn da Sachen stehen, die man erledigen soll, wenn man Ziele gesetzt kriegt von der App selber aus und denen nachgeht. Das feiere ich, egal ob Spezialforschung, begrenzte Forschung, sonst was. Es steht auf jeden Fall noch nichts weiter da. Ja, sofern Niantic den Spielern also vier oder mehr Chancen zur Verfügung stellt, ist diese Entschädigung mehr als gerecht. Es bleibt zu berücksichtigen, dass ein Shiny grundsätzlich selten bleibt und nicht garantiert ist. Ja, werdet euch dem bewusst. Also werdet ihr Eier brüten auf Galaponita? Oder habt ihr schon eins? Oder braucht ihr gar keins? Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr gehypt seid oder nicht. Dann wurde die Go-Kampf-Liga angekündigt. In der 8. Season steht wieder der ganze Zeitplan hier, alles der Ablauf. Am 31.05.22 Uhr werden die Belohnungen ausgeschöpft, dann geht's los. Vom 31. bis 14.06. Superliga, dann 14.06. bis 28.06. Hyperliga und Premier Cup. 28.06. bis 12.07. Meisterliga, auch klassisch und Element Cup. In diesem Zeitraum erhält man zudem doppelt so viel Sternenstaub aus den Kampfliga-Belohnungen. Jetzt verstehe ich, wieso die alle GBL spielen. 12.07. bis 26.07. Superliga und Superliga-Remix. 26.07. bis 9.08. Hyperliga und Remix. 9.08. bis 23.08. Meisterliga. Klassisch, Premier Cup, Hyperliga, alles dabei. In diesem Zeitraum erhält man auch wieder doppelt so viel Stau. Und dann 23.08. bis 30.08. nochmal Superliga, Hyperliga, Meisterliga, alles dabei. Es hat sich ein bisschen was geändert. Man kann wohl nur noch schneller Rang 20 erreichen. Den habe ich noch nie gehabt. Erreicht man Rang 5, erhält man Avatar-Items im Stile von Wrestler Pikachu. Haben ja die meisten trotzdem auch schon. Es gibt inspirierte Posen, passende Artikel von Conny. Auf dem Ass-Rang gibt es Handschuhe. Auf dem Veteran-Rang Schuhe. Auf dem Experten-Rang ein Outfit sowie eine weitere Hose, ein Oberteil im Stil von Conny. Auf dem Legenden-Rang die Pose von Conny. Seid ihr so posengeil, ja? Irgendjemand hat gesagt, ja, Go-Fest kriegt man eine Pose, habe ich gelesen, oder? Die Leute geiern auf Posen. Sind Posen so wichtig? Ja, bestimmt. Ich habe ja auch nicht die Standard-Pose. Also, auf Rang 19 erhält man eine Top-Lade-TM. Am Ende der Season wird man zudem mit einer Top-Sofort-TM belohnt. Also die Top-Sofort gibt es immer. Und die Top-Lade jetzt nicht bei 20, sondern 19. 20 kann man aber leichter erreichen. Vielleicht mal die Möglichkeit für mich, mehr GBL zu spielen. Mal ein bisschen Staub mitzunehmen und vor allem mal wieder eine Top-Lade-TM mitzunehmen. Meine gehen mir nämlich langsam aus. Was ich jetzt besonders cool fand, die Pokémon-Belohnungen. Ihr habt ja Rang 1 mit einem garantierten Machomai. Rang 5, eine garantierte Begegnung mit Lin-Fu. Was ist Lin-Fu? Lin-Fu ist ein neues Pokémon. Gönnt euch das. Sehr cool. Das ist natürlich dann das Problem. Brauche ich dann wieder als Lucky? Brauche ich wieder als männlich? Brauche ich wieder als weiblich? Ich muss das also dreimal entwickeln. Vielleicht muss ich dann mit den kleinen Accounts auch spielen. Damit ich da mehrere habe und mir das rüber tauschen kann. Dass ich das dann, je nachdem, wie, wo, was. Aber ihr wisst, wie es immer ist. Geronimatz wurde auch in der GBL eingeführt. Kam dann irgendwann in den Durchbruch. Kam dann irgendwann in Raids. Kam dann irgendwann, konnte man aus Eiern und so weiter. War das überhaupt im Durchbruch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Trotzdem schleicht sich da einfach ein neues Pokémon rein. Was auch eine Entwicklung hat. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Wir können auch mal kurz hier auf Wishu gehen. Auf die Weiterentwicklung. Und gucken, wie hoch die kommt. Max WP 3101 auf 100% Level 50. Und als Kumpel. Also als Best Buddy. 3101. Ein Kampf Pokémon. Ja, warum nicht, ne? Gibt's also ab Rang 5. Also Rang 5 sollte eigentlich für keine Probleme sein. Gönnt euch Linfu. Ab Rang 10. Zusätzlich hier Toxikwab, Quabbel, Flunschleg. 15. Zurokex, Panzer Aeron, Geronimatz. Ab Rang 20. Legendäre Pokémon. Rang Veteran. Kaumalad. Experte. Kapuno. Legende. Wrestler Pikachu. Pikachu. Immer eins garantiert. Und vor allem kann das ja auch shiny sein. Aber wissen ja die meisten nicht. Go Kampfabende kehren auch zurück. Steht alles nochmal hier dabei. Wer sich jetzt wirklich für die Go Kampfliga alles interessiert. Dem werde ich diesen Artikel mal unten in die Beschreibung verlinken. Der kann sich das alles gemütlich durchlesen. Die ganzen Go Kampfabende. Was da jetzt hier wieder los ist. Schreibt euch das alles rein. Man kann bis zu 20 Kampfsets bestreiten. 100 Kämpfe also. Am Donnerstag, dem 3. gibt es einen. Von 18 bis 0 Uhr. Am Sonntag, dem 11. Juli. Von 18 bis 0 Uhr. Und Donnerstag, 26. August. Okay. Aber gibt es da noch was Besonderes dazu? Dass du besondere Belohnungen kriegst? Oder steht noch nicht alles hier. Ich glaube, das wird nach und nach natürlich immer wieder weiter veröffentlicht. Und weiter Einsicht genommen. Besondere Cups haben wir hier auch. Superliga Remakes, Superliga Remakes, Element Cup. Wird nochmal aufgelistet. Was das alles ist. Was das alles bedeutet. Hier habt ihr die zwei Pokémon nochmal. Linfu und Wichu. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptthema für dieses Video, was wir packen wollten. Obwohl ich da jetzt nicht so lange drüber rede, weil ich echt enttäuscht bin. Feldforschungsdurchbruch. Viele freuen sich auf den Feldforschungsdurchbruch. Da gab es schon viele geile Sachen. Die Leute sind immer ausgerastet. Haben sich gefreut, dass sie viermal die Möglichkeit hatten, ein bestimmtes Legendäres zu bekommen. Was ihnen gefehlt hat. Legendäre sind schon lange nicht mehr im Feldforschungsdurchbruch. Weil man sagt, ja Corona vielleicht. Und keine Ahnung. Nicht, dass da jemandem was entgeht. Aber was packen sie stattdessen rein? Perlu? Perlu? Ich verstehe es nicht. Also, was steht da noch? Es gibt dabei jedoch auch interessante Neuigkeiten. Für jeden Forschungsdurchbruch ab diesem Zeitpunkt. Da hält man im Juni einen kostenlosen Fan-Rate-Pass und die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. 6.000 statt normalerweise 3.000. Einschränken muss jedoch gesagt werden, dass nach aktuellem Stand nicht davon ausgegangen werden kann, dass es die wöchentlichen Gratis-Boxen mit einem kostenlosen Pass weiterhin gibt. Im Endeffekt handelt es sich bei dieser Änderung also um eine Verschlechterung, da der restliche Boxinhalt wegfällt. Gut. Es gab Montagabend also immer eine Box mit dem Fan-Rate-Pass. Wahrscheinlich gibt es das dann nicht mehr. Und sie packen einen Fan-Rate-Pass mit in den Durchbruch, ohne aber die restlichen Items. Und wir haben also nichts zusätzliches oder Neues. Es ist kein zusätzlicher. Es ist nur der, den wir schon hatten. Aber gut, darauf kann man sich auch nicht berufen, dass wir den immer kriegen müssen. Aber das Pokémon, Perlu, seit Perlu den Forschungstag hatte, ist das so ein wertloses, nutzloses Pokémon. Klar, es wurde durch den Forschungstag eingeführt, war ja korrekt. Aber Saganabis, Alabis, die zwei hässlichsten, nutzlosesten Pokémon komplett in Pokémon Go. Und jetzt packen sie Perlu da rein. Die Schein-Rate am Forschungstag war so hoch, was wollt ihr jetzt noch mit Perlu? Bei diversen Events danach, Perlu saß an jeder Ecke. Klar gibt es immer wieder neue Spieler und Spieler, denen das fehlt und keine Ahnung hin und her. Aber Perlu, ich verstehe es nicht. Es wird immer räudiger, immer schlechter. Und wenn das noch nicht schlimm genug war, kommen wir zu den Bossen. Und ihr seht hier schon die Grafik, ihr seht alles. Wir wussten also, bis zum 1. Juni ist Eviltal drin. Die Leute haben sich gefreut auf Eviltal. Als es dann wirklich drin war, war das Interesse wirklich gering. Muss ich sagen. Gerade wenn wir Raids für Zuschauer gemacht haben oder so. Die Leute hatten keinen Bock. Bei Galat Zickzacks rasten alle aus Shiny. Eviltal, ein legendärer 5er Raid-Boss. Ja, kann ja nicht schillern, also weg damit. Aber was kommt jetzt? Regirock, Regi-Eis, Regi-Stil. Irgendwie aus Spaß, habe ich gesagt. Vielleicht bringen sie die drei Wolkengeister wieder rein. Oder sie bringen... Oder die drei Mülltonnen. Weil, glaube ich, mit Thomas hat man das darüber. Ich glaube, Thomas hat auch mit den Mülltonnen gesagt. Da ging es ja eigentlich um das Go-Face. Und dass unsere Favoriten-Pokémon zurückkehren. Aber gut, wenn sie das jetzt raushauen, weil dann die Favoriten kommen, ist klar, dass jetzt erstmal die Hass-Pokémon kommen. Versteht mich nicht falsch, Regis-Deal ist ja nützlich in der Super-Liga. Regirock ist für mich eins der coolsten Pokémon. Weil das einfach ein Klotz ist. Ich kämpfe mit dem immer auch gegen die Rocket-Bosse und gegen Giovanni und alles. Mit der Attacke Zielschuss aber halt. Aber ansonsten im Fünfer-Raid jetzt, weiß ich nicht. Die gab es alle damals schon ewig. Dann gab es die als Shinies. Die hatten ihre Raid-Days, wo du jedes von denen auch mit Gratispässen bekämpfen konntest. Für mich wirkt das halt komplett ausgelutscht. Ich weiß auch jetzt nicht, wenn wir Dienstag einen Community-Raid machen wollen. Welches der drei macht man als Community-Raid? Ich habe von keinem einen Hunder da. Ich glaube, Regis-Deal habe ich einen 96er-Shiny. Regi-Eis, Regi-Rock habe ich jeweils einen 98er gepusht damals. Mir wäre es fast komplett egal. Ich glaube, ich werde da eine Abstimmung dann im Community-Tab laufen lassen. Welches der drei ihr am tollsten findet. Und das machen wir am Dienstag dann als Community-Raid vor Ort zur Einführung. Und vielleicht das, was gewinnt, auch als Rades für Zuschauer einmal am Wochenende oder so. Den meisten wird es wahrscheinlich jetzt aber um die Shinies gehen. Wenn die nicht komplett rein-cashen und nur immer freie Pässe genommen haben, haben die vielleicht jetzt nicht von jedem schon das Shiny. Die kommen jetzt zurück. Aber wie ihr seht, man verpasst wirklich gar nichts. Wenn man damals nicht großartig gezockt hat oder nicht viel gezockt hat und hat das Shiny nicht bekommen, man hat jetzt wieder die Möglichkeit und wieder die Möglichkeit und wieder. Man sagt, ich habe zwei Stück, aber Regi-Rock fehlt mir noch. Dann geht man gezielt halt auf Regi-Rock. Fertig. Also, Evil-Tal haut leider ab. Regi-Rock, Regi-Eis, Regi-Steel, die kommen wieder. Ich hätte lieber meine Pässe täglich weiter für Evil-Tal genommen. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit denen mache. Shinies brauche ich eigentlich nicht. Habe ich alles voll. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr die drei Mülltonnen schon als Shinies? Ja oder Nein? Oder welches ist euer Favorit? Ihr könnt es jetzt auch schon mal reinschreiben. Das wechselt also am Dienstag wieder um 10 Uhr. Ab 11 Uhr können dann die Eier aufgehen. Schreibt es euch hinter die Ohren und schreibt es euch in euren Kalender. Und das Ganze findet vom 1.6. bis 17.6. statt. Das ist sehr interessant. Am 17.6. Wenn das auch wieder ein Dienstag ist. Ich glaube, am Mittwoch komme ich zurück. Ich würde also exakt... Egal. Das sehen wir dann, wie das ist. Es sind auf jeden Fall... 17.6. Der 17.6. Ist das nicht trotzdem ein Donnerstag oder irgendwas? Ich dachte, ich bin am 16. zurück. Und der 16. wäre ein Mittwoch. Dass ich zur Raidmania wieder da bin. Und dann hauen die ab. Danach kommt ein unbekannter Boss. Bislang unbekannt. Wow. Das heißt, es fangen jetzt schon wieder die Spekulationen an. Über das, was danach kommt. Aber egal, was es ist. Es kann ja nur besser sein. Außer die drei Wolkengeister kommen zurück. Oder Griselia. Aber stört mich nicht. Ich bin in der Woche dann jetzt eh... Dann erstmal unterwegs mit Natururin. Da können ruhig die drei Mülltonnen drin sein. Ich werde zwar die Raidmania verpassen. Aber vielleicht kann ich die unterwegs kurz eine Stunde mal annehmen und spielen. Weiß ich nicht, ob ich da ein bestimmtes bevorzugt annehme. Vielleicht Regirock oder Regi-Eis. Regi-Stil halt eigentlich nicht unbedingt. Aber wie gesagt, schreibt euren Favoriten rein, was ihr dazu sagt. Und was denkt ihr, was kommt danach ab 17.6. Mega-Pokémon ist sehr interessant, weil es da steht, dass immer genau nur noch ein Mega-Pokémon auffindbar sein wird. Das ist schön, dass man gezielt eben auf das gehen kann. Und so wird es ab 1.6. bis 8.6. Mega-Schlappohr geben. Da übrigt sich das, wenn man sagt, welchen Mega-Raid wollen wir die Woche machen. Ja, oh, Mega-Schlappohr ist da. Gut. 8.6. bis 17.6. Mega-Lamus. Erstmals in Pokémon Go. Sind sogar schon Grafiken rumgegangen jetzt von Mega-Lamus. Auch in Shiny und so weiter. Das wäre auf jeden Fall nett. Da würde ich vielleicht auch sehen, dass wir einen Community-Raid machen. Oder mal Raids für Zuschauer am Donnerstag mit Mega-Lamus. Wenn ich da überhaupt da bin. Weiß ich gerade gar nicht. Ich blick gar nicht mehr durch. Und 17.6. bis 2.7. Mega-Garados. Garados auf jeden Fall auch. Krasses Pokémon. Starkes Pokémon. Da haben die Leute Bock. Ich glaube, Schlappohr braucht kein Mensch. Lamus machen ein paar so. Aber Garados. Da haben die Leute sicherlich wieder ordentlich Hummeln im Hindern. Raid-Stunden jeden Mittwoch. Wisst ihr Bescheid. Rampenlichtstunden stehen diesmal sogar 5 da. Angefangen mit Litomiff. Also diese komische Krabbe. Doppelte Fang-EP. Gibt es natürlich als Shiny. Abra. Doppelte... Doppelte Fang-Bomboms. Ist halt Seeday-Pokémon. Gibt es auch als Shiny. Phlegmon und doppelte Verschick-Bomboms. Gibt es auch als Shiny. Quiekel. Oh mein Gott. Quiekel und doppelte Entwicklungs-EP. Ich glaube, das ist jetzt schon... Also die doppelte Entwicklungs-EP nicht unbedingt. Aber Quiekel. Spotlight-Stunde. XL-Bomboms. Mammudel-Armee. Gönnt euch. Gibt es Shiny. Ist auch Seeday-Pokémon. Dann haben wir noch Griffel am 29. Juni. Griffel. Wer es noch braucht. Doppelte Fang-Staub. Ist auch immer gut. Aber für mich ganz klar. Beste Rampenlicht-Stunde. Der 22. Juni. Mit Quiekel. Äh, Quiekel. Mit Quiekel. Was ist euer Liebling? Braucht ihr noch Lithomyf als Shiny? Braucht ihr Abra? Braucht ihr Fleckmon? Quiekel oder Griffel? Schreibt es mal rein. Aber ich bin gehypt auf Quiekel. Krypto-Zaptos gibt es komischerweise immer noch. Es gibt zwar keinen neuen Radar und keine neue Forschung. Aber wer halt jetzt abholt, kriegt dann wieder Krypto-Zaptos, wenn man noch einen alten Radar hat. Keine Ahnung. Sie führen das ein. Man denkt, es fängt jetzt wieder an. Jeden Monat gibt es das jetzt wieder. Und schon gibt es es halt wieder nicht mehr. Sie fangen an und sie hören direkt wieder auf. Ich verstehe es nicht. Das ist halt naientig. Zwischen 1.6. und 16.6. gibt es Krypto-Zaptos. Es gibt vorerst keine Möglichkeit, ein Radar zu erhalten. Man kann nur aufgehobene Exemplare nutzen. Falls man dies noch nicht gemacht hat, ab dem 17.6. wird Giovanni dann ein anderes Krypto-Pokémon einsetzen. Schön, dass man aber keine Radare mehr kriegen kann. Ob das dann was ganz Neues ist. Wenn es was ganz Neues wäre, müssten sie ja trotzdem dann wieder eine Spezialforschung mit reinbringen. Ich habe auf jeden Fall kein Radar mehr. Ich habe die immer direkt gemacht, wenn die da waren. Immer von jedem mir eins geholt. Ich kann also nichts machen. Ich muss eh warten, bis das Neue kommt. Weitere Events stehen noch mit dabei. Am 06.6. ist der Community Day mit Kaumalad. Kaumalad. Okay, nennen wir es so. Wisst ihr Bescheid? 08.6. eine ganz langsame Entdeckung mit Gala-Flegmon, Gala-Lamus und Mega-Lamus. Das wird auf jeden Fall auch cool. Ähm, Gala-Lamus, Gala-Flegmon. Die Gala-Version werden nach und nach alle eingeführt. Da wird demnächst sicherlich mehr dazu kommen. 17. bis 20.6. Event zur Sonnenwende. Wie oft wendet das eigentlich? Oder war das andere eine Mondwende? Sonnenwende? Hatten wir nicht erst eine Sonnenwende? Ja, die muss man ja rumdrehen. Die bret ja sonst an auf einer Seite. 25.6. bis 1.7. Überraschungsevent. Das ist auf jeden Fall die beste Ankündigung. Das war jetzt alles da. Also, ich bin gespannt. Gala-Flegmon, Gala-Lamus. Was da für Events noch kommen. Mega-Lamus im Mega-Raid. Wieder eine weitere Entwicklung darauf. Was wird das nächste? Krypto-Pokémon. Was ist die beste Rampenlichtstunde? Quiegel. Und welche Mülltonne braucht ihr noch? Und braucht ihr Perlu? Schreibt mal alles rein. Eure Meinung dazu. Und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Rams. Peace out. Peace out.